Hallo Leute und Willkommen hier bei Leo Craft Willkommen auch zur ersten Bunker Folge von Redstone Bunker bei The JoCraft Hier vorliegend in der Version 1.0, die 1.1 bzw. die 1.1 von mir werde ich selbst machen Das ist immer das Diese sind bei mir noch die Texturen komisch so weihnachtlich Gehen die nicht am 27.12. wieder normal oder was ist am 28.12. weiß ich jetzt nicht Gut, wir haben keine Bunker Kickert, die brauchen wir gerade auch nicht, denn wir können uns durchcheaten Und es, naja komm Es ist mir wichtig, den Bunker zu verbessern Das ist meine Idee Was ist das? Es ist tatsächlich, es ist ein Ofen Warum steht hier ein Ofen rum Und da ist auch noch was drin Läuft Mir geht es darum, diesen Bunker Der mehrere Mängel hat Also aus meiner Sicht, ich weiß nicht wie ihr ihn findet Aber es gibt so ein paar Sachen Die kann man verbessern Gott leckt es gerade Zum Beispiel An den Schienensystemen oder Dann noch ein paar andere Sachen Was war das? Okay Oh, hier ist ein Bunker gerade in die Luft geflogen Also diese Bunker kann ich auf jeden Fall verbessern Denn was davon übrig bleibt bei einem hochgegangenen Reaktor ist Schon ziemlich viel Eigentlich sollte hier gar nichts mehr übrig bleiben Sowas geht Sowas finde ich echt Es wurde angekündigt, dass der gesamte Bunker in die Luft fliegt Und dann fliegt nur so ein Teil in die Luft Das finde ich auch nicht so toll Das heißt, ab dem 1. Januar nächsten Jahres Werden wir den Bunker ja verbessern Und vor allen Dingen reparieren Ab nächstem Jahr geht es los mit der Verbesserung Ich verabschiede mich von euch Bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss Bis zum nächsten Mal